Liebe Utrecht, was läuft ab in Baurosi? Es ist jetzt 5 vor 4. 16 Uhr erwarten wir Gäste in der Kellerbar. Fenaco Lissach. Die Crew der Fenaco kommt zu uns in den Keller. Es gibt Raclette. Ja, wir sind bereit. Und das Spezielle bei diesem Raclette ist der Ofen. Da sind 4 Röschlkerzen drin. Man schmeisst selber das Pfenni drauf. Und macht da seine Raclette selber. Zum Raclette gibt es da den Chasselin zum Trinken. Weisswein vom Wattland, vom Genfersee. So, Gäste sind gekommen. Parkplatz ist voll. So, Gäste sind versorgt. Sie sind voll am Raclette essen. So, es ist jetzt 9 Uhr. Die Gäste sind gegangen. Und der Baurosi ist noch ein Raclette. So. Vielen Dank.